Am sechsten Spieltag der Landesliga Harmonia empfing der VfL 93 am Borgweg die Kicker vom Blau-Weiß 96. Der VfL vor der Begegnung auf Platz 2, Blau-Weiß mit einem durchwachsenen Saisonstart an elfter Stelle. Doch kaum einer der 93 Fans sprach über Tabellenplätze, sondern fieberte dem ersten Spiel des prominentesten Neuzugangs der Liga entgegen. Marius Ebbers, der sich jüngst dem Team von Trainer Olaf Ort angeschlossen hat, feierte sein Debüt bei den Grün-Schwarzen. Und auch in dieser Begegnung sollte der ehemalige Pauli-Profi unter Beweis stellen, warum er über 100 Treffer in der 2. Bundesliga erzielt hat. Blau-Weiß von Schlussmann und Kapitän Florian Jensen eingeschworen, ging hochmotiviert in die Partie und wollte dem Star-Ensemble um Ebbers und Schlag den Ratgewinner Olufemi Smith Paroli bieten. Beide Mannschaften starteten schwimmvoll und boten den rund 250 Zuschauern im Stadtpark eine temporeiche Anfangsphase. Bereits nach 5 Minuten machte der Neuzugang mit der Nummer 17 das erste Mal auf sich aufmerksam. Ebbers mit dem ersten Versuch eines Torschusses. Nur 4 Minuten darauf dann diese Ecke von Kurzberg und da taucht Smith plötzlich vor Keeper Jensen auf. Olufemi Smith bringt den VfL 93 nach nicht mal 10 gespielten Minuten in Führung. Doch gerade nach eigenen Treffern sollte man bekanntlich besonders aufmerksam sein. 5 Minuten war das Führungstor gerade mal alt, da schlugen die Gäste bereits zurück. Yannick Svenosen mit dem Ausgleich für Blau-Weiß. Ein stark getretender Freistoß von Döberg und Svenosen kommt viel zu frei vor dem Tor zum Kopfball. Auch aus der dritten Perspektive schön zu sehen, dass sich niemand richtig für den Torschützen zuständig fühlte. Das Tempo blieb weiterhin bestehen und keine Mannschaft machte in dieser Phase entscheidende Fehler. Vielleicht brauchte das Spiel jetzt die individuelle Klasse eines Bundesliga erfahrenen Stürmers. Im ersten Anlauf noch mit Problemen bei der Justierung sollten die Zuschauer in der 25. Minute dann alle auf ihre Kosten kommen. Angeschnallt, liebe Elbkick-Freunde, das ist Marius Ebbers! Was für ein Einstand! Wieder ist es Kurzberg mit der Vorarbeit und unter den Augen seiner ehemaligen Pauli-Kollegen Fabian Boll und Timo Schulz zeigt Ebbe, dass er nichts von seinen Knipser-Qualitäten eingebüßt hat. Ein Fallrückzieher à la Bonheur, ein echtes Sahnestück zum auf der Zunge zergehen. Auf seiner Facebook-Seite kommentierte Ebbe sein Tor auf Elbkick-TV mit dem Satz, es ist wie Fahrradfahren. In der Folge tauchten beide Teams etwas unter. Dem Spiel war anzusehen, dass die Akteure der hohen Laufintensität der Anfangsphase Tribut zollen mussten. Weder Kunstschütze Ebbers auf der einen noch Tim-Patrick-Tau auf Seiten der Blau-Weißen konnten das Ergebnis in Hälfte 1 noch verändern. 2 zu 1 der Pausenstand für die Gastgeber. In Hälfte 2 bestimmte dann vor allem der VfL 93 das Geschehen am heimischen Borgweg. Schönes Aufbauspiel unter anderem vom VfLs Hauke Brückner oder Jasmin Bayramovic. Der jüngere Bruder von Zlatan Bayramovic trug sich hier auch fast in die Liste der Torschützen ein. Hätte der wachsame Mann an der Linie nicht die Fahne gehoben. In der 67. Spielminute brachte VfL-Coach Olaf Ort an Schiemann für Jamrali. Aber bereits knappe 10 Minuten später verletzte sich dieser ohne Fremdeinwirkung und musste den Platz wieder verlassen. Für Schiemann kam Kramer für die Schlussviertelstunde. Dann mal wieder Blau-Weiß. Der auffällige Dülberg setzt sich gegen Fritsche durch und schafft es beinahe, Keeper Christian Hilmer zu überlisten. Die anschließende Ecke jedoch zu hastig von Dülberg abgeschlossen. Im direkten Gegenzug rollte folgender Angriff über Ebbers. Wechselt zum völlig alleingelassenen Gerscht, der den Ball vertändelt. Ebbers hält den Ball im Spiel und trifft nicht zur Vorentscheidung. Der Pfosten rettet für Blau-Weiß 96 und verhindert Ebbers zweites Tor an diesem Abend. Dieses zweite Tor sollte aber nicht lange auf sich warten lassen. Flanke Kurzberg, Ebbers ist da, wo er sein muss. Den Torriecher hat er nicht verloren. Vollendet das gute Zuspiel von Florian Kurzberg, der damit alle drei Treffer der grünen-schwarzen vorbereitet hat. Ein Doppelpack im ersten Spiel, das nenne ich einen gelungenen Einstand. Um ein Haar hätte die Kombination Kurzberg-Ebers auch das 4 zu 1 bedeutet. Aber es blieb beim 3 zu 1. Dann war Schluss und die VfL-Fans konnten jubeln. 93 nach diesem Spiel aktueller Tabellenführer der Landesliga Harmonia, wohingegen Blau-Weiß 96 auf Platz 12 abrutscht. 40 ver. 50. 50. 45. 44. 45. 45. 45. 46. Vielen Dank.